Hey, Digga, leg dich hin, please, Alter. So, diesmal sie- Oh, nochmal hinlegen- What the fuck? Wo-Mass, was machst du denn? Er springt über die Barrikade drüber, Mensch, ins Kinder. Was macht er denn? Was macht er denn, der Vollhorst? Jetzt holt er die Pistole raus, Mensch, Wutz. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn? Jetzt macht er einen fucking Labdance in der Luft. Was machst du denn? Ja, alles cool bei dir, Digga. Steht da, weißt du, und jetzt- Oh, ey, es ist dieses Spiel, dieses Spiel. Oh, die ist nett, ist schön kompakt und klein, passt zu Herzen. Wo? Wo ist denn rechts bei dir, Chaster, du Horst, Mann? Ja, klar. Ja, Digga. Nee, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die fucking Worte. Au. Aber mit so'n... Oh, da oben. Er läuft halt einfach raus, weil's ihm völlig egal ist. Au. Hä? 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 Oh, bitch, please. Was ist denn jetzt? Wo war der denn? Nein, nein, nein! Das ist so behindert, Mann. Komm schon. Wie sieht's denn aus? Wie weit seid ihr denn? Wo seid ihr denn, Kollegen? Schnell, nach unten! Du wirst getroffen! Wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die Trottel? Au, au, au. Wo denn? Oh, wie wär, ich bin irgendwie anders gelaufen. Ah, so würde es auch gehen, okay. Oh, oh, au. Ey, fuck you. Ohne Scheiß geht einfach sterben. So, ich muss warten, bevor ich runterspringe. So. Diesmal aber einwandfrei überlebt alle. Are you fucking kidding me? Yeah! Dragonfly! Oh! Come on! Just Chief, let's play! YouTube-Kanal abonnieren wäre klasse und super genial. Hebt die Hände in die Luft und schreibt es mit mir. Just Chief, Just Chief, die Frage sei denn mit mir.